Aaaaaaaaaaah Trick dich Oh die Entfernung Weil dann hoffentlich findet man dann eigentlich viel mehr Copper Weil David Copperfield ist ja der Magic da Nein du bist nicht lustig Klar Fünf Nein Fünf 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 ja das sagt man aber nicht sagt man nicht so einfach sagt man nicht so einfach so ich bräuchte zehn fürs nummer einfach ohne portal ohne ecken aber ich bräuchte zwölfe damit wenig ins die ecken kriegen mein arsch ohne ecken das heißt vier stücke jetzt noch scheiße weiß ich was ich noch obsidian brauch die an für den sampli table audian kam bei mir eben an audian audian ist ja auch geil audian obsidian 12 stück herr komm wie viel brauche für für den ersten sam oder dafür bräuchte man dafür bräuchte man schon sechs geht ja noch sechs dafür und laser bräuchte auch noch mal zwei also noch mal acht stück und ich hab kein holz brauchen vier fünf und sieben diamanten ja kommen noch sechs weiter holz ist alleine hast du diamanten noch nein okay wenn du so schon kommst hast du diamanten nein wir brauchen nur noch sechs stück einen habe ich noch liegen klar du hast immer welche ich habe nur acht stück da könnte man schon ein assembly table und ein laser bauen einen ich brauche mal eine spitzzacke zum reparieren ach da kannst du da kannst du meinen gehen ich gehe auch mal hier wenn wir hier fertig sind mal eine runde offscreen mal wieder eine runde meinen damit ich auch so ein paar da offene kriege dann kann ich auch schon mal ein bisschen gold wieder so ah ah ich sterbe ich sterbe warum bist du in lava gesprungen weil ich auf dem block stand und irgendwie bin ich da drunter geglitscht ok in den in den obsidian block mit wasser na toll jetzt weißt du was du nicht mehr machen darfst in lava glitschen toll jetzt die frage entweder ist das grab da normalerweise müsste das grab da sein aber ich war ja clever es gibt ja hier in dem cheap und diese lade dinger ne erinnerst du dich noch dran hä diese speicherplätze fürs inventar achso ich war ja mal clever und habe es einfach mal irgendwann gemacht irgendwann ne na irgendwann ist immer die richtige aussage mhm oh ist es da aber ist es da auch oh ist es alles da was sag ich doch weil ich hatte nämlich meinen einen rucksack habe ich immer weggeworfen der eine kam wieder zurück die sausack dachte so nein geh wieder weg ok ich wollte dass sie bei mir bleiben mhm achso achso das passt achja ich wollte doch nicht schon wieder sterben doch nein warum wolltest du das komm egal scheiß auf die erfahrungspunkte waren nur noch 15 level hab ja hab ja die ersten 30 jahr verbrauch gehabt gottse dank hast du? ja hab ich hab ich hab ich weil ich ein guter mensch bin ich hab nichts mehr zu trinken du bist ja schlecht nein ich bin nicht schlecht doch du bist schlecht du bist schlecht wie alter ranziger joghurt wie ich brauche ein feuer feuerzeug ich kann auch was herstellen aber ich weiß nicht wir müssen noch irgendwas haben ich glaube ich habe noch eins dabei diese rüstungen so mache ich mir auch selber eins komm schnäß doch ich glaube es hat aber auch nur naja das holm ich bin dann so weit hier hinten nach oben du bist grad dabei oder was ich brauche hier holz achso das sind so hessigen komischen bäume hier hinten die können alle weg also das ist da wo dieses gardenzeug umboden ist man kann hier halt richtig ordentliche bäume pflanzen nicht nur Schrottdinger ne das ist ja wahr aber da sollen ja Obstbäume hin naja Obstbäume ich frage jetzt wie groß mache ich dann die Plantage ich weiß ja nicht ich würde von jedem vielleicht vier fünf machen oder so oder sechse vielleicht immer so ein vierer Ding wie so ein so ein Viereck angeordnet ja halt das ist ja auch gibt es ja auch ordentlich an Obstbäumen hm deswegen so viele würde ich da nicht machen vielleicht von irgendwelchen Sorten wo du sagst okay da machst du vielleicht mehr Rezepte von kann man da schon was machen aber sonst ist das scheiß auf ja einfach sein lassen ja gut da bei der Plantage müssten wir halt auch noch ne Ender Chests hin machen ne dann meinst du bei der Obstding oder was ja nö da bräuchtest du ne normale Kiste nur und machst dann halt nach ne Ender Chests zwischen Blaum Blaum Plantage genau zwischen Baum Plantage und ähm ja das meinte ich doch grad ja haben wir doch zwei weiße sind doch übrig die zwei weißen Ender Chests sind doch da eine kommt ins Lager und eine oben oberhalb ist doch alles da ja dann muss man überlegen dass wir selbst auch nochmal Weiße brauchen warum wenn wir unterwegs sind haben wir doch zwei eigene wir haben vier Ender Punches ja zwei weiße Kisten und zwei eigene Kisten ja gut sei ruhig dann haben wir doch alles das war schon immer der Plan ach sei ruhig ach fuck fuck äh äh ja das hab ich nen ganz großen Fehler gemacht Pistenfehler das ist mehr als 14 Obsidian oder? was da jetzt so schlimm war dass du mehr als 14 hast ne mehr als 14 brauche ne mehr als 14 brauche oder das geht auch so so wo komm ich an? ich komm in der Wüste an ah mein Becher ich komm bei der Village Wüste an ehrlich? ja ehrlich das ist gut das ist irgendwo da das Village doch das heißt ich kann jetzt mir äh Ginger und Stormberries holen da kann man ein bisschen tauschen geil da hast du aber Glück gehabt jetzt ey da hab ich jetzt aber richtig Glück gehabt ja dass du da landest ey das ist auch geil das ist keine Ahnung wieviel Glück ey glück geil du alter Cheater oh alter Cheater Cheater wo du halt einer bist perfekt perfekt getimed und ich bin ich hab extra super nicht gekommen du gehst einfach noch paar Blöcke weiter ne weil du dann war ich dann in der anderen Burg schon so in der Nähe okay aha schreit den so rum halt auch rumzuschreiten das ist perfekte Gastes 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 Justice League die Gastes League die Liga der Geister naja du bist aus der Liga der Hosen scheiße immer kann man das essen? was kann man das essen? weiß ich nicht so eine gelbe Höllenfrucht keine Ahnung ob man das essen kann da sind doch diese Mini Bäume immer da hab ich ne Frucht von mir her bekommen schau mal probiert die zu essen das ist geil 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 komm Akö hüpft mit mir ich bin ja nicht geil aber die das sie da rausgekommen mir war geil dann hab ich da auch wieder was zum fertig bauen hm 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 heie das sind ja das werden dieyes kendall ding und jens kaffee barbara soja bohnen massenweise soja bohnen so ich habe ich mir fällt einfach soja wurden noch sind hinten war noch bald wieder ändern eigentlich aus der wäsche bei auf jeden fall die nämlich mit für mein village schau mal was wir da von alles insgesamt nehmen ich muss was zu trinken holen so trinkel 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 ist da ich habe einen schuh du bist ne dumme kugel uuuh au jau reich nicht war der flash war der alte flash nein doch das hat ekelhaft der centus nein ah gesundheit gast biet den taschentuch an hier hast du leider gebraucht das hab grad kein anderes für dich gebrauchtes ne hm du ekel auf der fotzenfick hm 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 hm